und die zwei typen die saßen die mich die uns gekillt haben immer noch gleich ich will zu ungefähr ich komm zu dir hoch was von da wo ich montierter vom shop vom shop schon ja so die steckt dich versteckt dich die haben das stress das ist mein gesamtes team von woanders alt das hätte mich beinahe getötet ne von hinten irgendwo oh ja das hat ultra viel schaden gemacht ich hab mal Bock mich mit dem zu fetzen ich auch und wieder nach oben öhm ach da da ach hier ach hier ach hier ach hier bitte da genau da oben drauf Warum immer auf mich? Hab ihn getroffen. Nice. Okay, ja natürlich. Er ist schon wieder der Beste im Snipen. Ja, er ist nicht schlecht auf jeden Fall. Das muss ich auch so sagen, also der hat mir jetzt schon zwei oder drei Headshots hintereinander gegeben. Ich will den auch einen Headshot geben. Ich hab den Headshot gegeben. Er ist down, er ist tot! Fucking let's go, Alter!